Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erst mal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann's nicht. Ich kann mir den Job nicht machen, okay? Das fährt dir nach neun Jahren aus. Gehst du spazieren? Ja, ich geh jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich geh jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich meine nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Tag. Tag. Hallo, Papa. Hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I can't stand this anymore. I'm so tired of being the old one out. So what are you trying to say? I'm gonna go now. I'm so tired of being the old one out. I'm so tired of being the old one out. I'm so tired of being the old one out. I'm so tired of being the old one out. I'm so tired of being the old one out. I'm so tired of being the old one out. Vielen Dank.